Ende Juni machte Michelle ihre neue Beziehung öffentlich. Eine Woche später steht die Schlagersängerin mit ihrem Freund gemeinsam auf der Bühne und schwärmt. Wir sind unzertrennlich, sagte Michelle Ende Juni der Bild-Zeitung und machte damit ihre Beziehung zu dem 25 Jahre jüngeren Sänger Eric Philippi offiziell. Es ist pure Liebe mit allen Ecken und Kanten. Eine Woche nach dem Interview feierten die beiden ihren ersten Bühnenauftritt als Paar. Michelle ist die glücklichste Frau der Weltin. Der Show von Florian Silbereisen am Samstagabend traten sie gemeinsam auf. Erst Michelle, dann Eric. Nachdem beide ihre Songs performt hatten, unterhielten sie sich mit dem Gastgeber und beantworteten die Fragen der Zuschauer. So wollte zum Beispiel jemand wissen, ob Michelle und Eric wirklich liiert sein. Das stimmt, und ich bin der glücklichste Mensch. Und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt, sagte die 51-Jährige und schmiegte sich ganz eng an ihren Freund. Da geht einem das Herzchen auf, meinte Florian Silbereisen. Zudem verriet Michelle, dass Eric Philippi ein cooler, romantischer Typ sei. Vielmehr gaben die beiden beim Schlagerboom jedoch nicht preis. Es funkte schon vor anderthalb Jahren. In einem neuen Interview mit der Bild-Zeitung hingegen offenbarten sie jetzt weitere Details. So trafen sich die 51-Jährige und ihr 25 Jahre jüngerer Freund vor. Anderthalb Jahren das erste Mal. Schon damals hätten beide gemerkt. Da ist mehr. Doch erst seit April 2023 sind sie ein Paar. Ich habe mein Gefühl für Eric Langewee gedrückt, so Michelle. Ich wollte mich ihm nicht offenbaren, weil mir dieses Gefühl für ihn zu wertvoll erschien. Ich hatte die Befürchtung, er könnte denken, ich sage das einfach so dahin. Im Kino seien sie sich dann das erste Mal näher gekommen. Seitdem seien sie unzertrennlich. Länger als eine Nacht in der Woche sind wir nie getrennt. Auch wenn wir unabhängig voneinander unterwegs sind, fahren wir abends kilometerweit, um uns noch zu sehen. 25 Jahre trennt das Paar. Der Altersunterschied von 25 Jahren scheint für beide kein Problem zu sein. Bei Michelle habe ich manchmal das Gefühl, dass ich der Ältere bin. Ich kenne niemanden, der so frei in seinen Gedanken ist wie sie, erklärte Eric Philippi. So sieht das auch Michelle. Es gibt Menschen, die sind 26 und doch 3000 Jahre alt. Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe. Es ist seine Seele, die ich liebe. Es ist völlig unwichtig, ob diese Seele 26 oder 86 ist.